Diese entspannenden Heilmittel gegen Knieschmerzen sind sehr hilfreich, wenn es sich um leichtere Probleme handelt. Die Kniegelenke sind sehr komplex und deshalb auch empfindlich. Sie neigen zu Verletzungen. Deshalb sollte man vorsichtig sein. Zwar werden die Kniegelenke von der Gelenkflüssigkeit synovia, den Bändern und Sehnen geschützt, leiden jedoch insbesondere bei Überlastung schnell an Beschwerden und Entzündungen. Diese Symptome können zwar durch Ruhestellung und konventionelle Schmerzmittel gelindert werden. Doch manchmal ist zusätzlich eine Therapie notwendig, um die Beschwerden zu lindern. Es gibt auch natürliche Heilmittel gegen Knieschmerzen, mit denen die Durchblutung verbessert und der Bereich entspannt werden kann. Anschließend findest du 5 nützliche Naturmittel, die dir bei Knieschmerzen helfen können. Lies weiter, um mehr darüber zu erfahren. Lese Tipp 7 Tipps für eine bessere Durchblutung der Beine Anika zeichnet sich durch schmerzlindernde und entzündungshemmende Wirkstoffe aus, die für die Gesundheit der Knie sehr vorteilhaft sind. Damit kann der Bereich entspannt werden und gleichzeitig werden die Beschwerden gelindert. Zutaten 1 Tasse Wasser 250 ml 2 Esslöffel Anika 20 g Zubereitung Das Wasser zum Kochen bringen und die Anika-Blüten damit übergießen. Lasse den Aufguss 10 Minuten ziehen und gieße ihn dann durch ein Sieb. Um die Feststoffe zu entfernen. Anwendung 1 Tuch mit dem Anika-Aufguss befeuchten und auf die Knie auflegen. Lasse diesen Umschlag 10 Minuten wirken und wiederhole die Behandlung, falls nötig, zweimal täglich. Wir empfehlen auch diesen Beitrag. Anika Salbe Selbstherstellen Kleiner als 7.120.678 Besser Sizes Desktop Generic Box Mittel Ab Binde Größer als Google Tag CMD CMD Function Google Tag Define Slot 7.120.678 Besser Sizes Desktop Generic Box Mittel Ab 336 280 300 250 DIVG GPT AD 150 33 917 43 11 12 0 SETTARGETING RED FOLTS SETTARGETING Section 2 SETTARGETING URL 5 Entspannende Heilmittel gegen Knieschmerzen SETTARGETING TOPIC DEFOLT SETTARGETING MAFILTYPE GET MRFP ZCLIP SETTARGETING SETTARGETING TRUE ADSERVICE Google Tag PUBATS Google Tag Enabled Services Google Tag Display DIVG PTA D150 33 917 43 11 2 minus 0 kleiner als 7 120 678 Besser Sizes Desktop Desktop unterstrich Generic unterstrich 1 mal 1 Binde Strich größer als Google Tag CMD Push Function Google Tag Define Slot 7 Millionen 120 678 Besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich 1 mal 1 1 1 DIVG PTA D1 5 1 3 0 9 4 6 9 0 7 6 7 minus 0 SETTARGETING RED FOLTS SETTARGETING SECTION 2 SETTARGETING URL 5 entspannende Heilmittel gegen Knieschmerzen SETTARGETING TOPIC DEFOLT SETTARGETING MAFIELTYPE GET MRFP SETTARGETING Empty Diefs, Google Tag, Enabled Services, Google Tag, Display, DIVG, PTA D1513094690767-02. Heilmittel gegen Knieschmerzen, Epsom-Salz, Epsom-Salz oder Magnesium-Fulfat hat remineralisierende Eigenschaften und ist deshalb als Heilmittel gegen Gelenkschmerzen sehr beliebt. Die äußerliche Anwendung entspannt entzündete Bereiche und verbessert die Durchblutung. So können Steifheit und Empfindsamkeit gelindert werden. Zutaten 2 Tassen Wasser, 500 ml 3 Esslöffel Epsom-Salz, 30 g Zubereitung Das Wasser erhitzen und das Epsom-Salz darin auflösen. Anwendung danach Ein Tuch damit befeuchten und auf die Knie auflegen. Lasse es 10 Minuten wirken. In dieser Zeit sollte das Tuch so warm wie möglich sein. Wiederhole diese Behandlung bis sich die Schmerzen lindern. Noch ein interessanter Artikel Vorteile von Magnesium zur Verbesserung Gehirn Kapazitäten kleiner als 7.120.678 Besser unterstrich Besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich Box unterstrich Mittel unterstrich Down Binde Strich Größer als Google Tag 300, 250, 336, 280, DIVG, PTA, AD 150, 336, 3991, 790, 647-0 Zet-Targeting Red, Foltz Zet-Targeting Section 2 Zet-Targeting URL 5 entspannende Heilmittel gegen Knieschmerzen. 3 Heilmittel gegen Knieschmerzen. Olivenöl und Ingwer-Anika zeichnet sich durch schmerzlindernde und entzündungshemmende Wirkstoffe aus, die für die Gesundheit der Knie sehr vorteilhaft sind. Damit kann der Bereich entspannt werden und gleichzeitig werden die Beschwerden gelindert. Wir empfehlen auch diesen Beitrag. Anika-Salbe selbst herstellen Epsom-Salz oder Magnesium-Fulfat hat remineralisierende Eigenschaften und ist deshalb als Heilmittel gegen Gelenkschmerzen sehr beliebt. Die äußerliche Anwendung entspannt entzündete Bereiche und verbessert die Durchblutung. So können Steifheit und Empfindsamkeit gelindert werden. Noch ein interessanter Artikel Vorteile von Magnesium zur Verbesserung der Hirnkapazitäten Die Fettsäuren des Olivenöls wirken entzündungshemmend und sind deshalb sehr nützlich, um Knie- und Muskelschmerzen zu lindern. In Kombination mit der schmerzlindernden Wirkung von Ingwer erhältst du ein hochwirksames Produkt, das bei Spannungen oder Schmerzen zu empfehlen ist. Hast du diesen Artikel schon gelesen? Stärke deine Knochen und lindere Gelenkschmerzen Mit diesem natürlichen Drink Cayennepfeffer enthält den Wirkstoff Capsaicin, der für seine entzündungshemmenden und schmerzlindernden Eigenschaften bekannt ist. Dieses Hausmittel wird mit den Mineralstoffen und Antioxidantien des Apfelessigs kombiniert, um die Beschwerden an den Knien zu lindern. Die entspannenden Wirkstoffe der Minze und des Eukalyptus sind ausgezeichnet, um entzündungsbedingte Knieschmerzen zu lindern. Die Kombination dieser Öle wirkt schmerzlindernd und entspannend und kann deshalb Schmerzen nach einer Überbelastung oder einem Aufprall reduzieren. Du leidest an einer Knieverletzung? Du hast deine Gelenke zu sehr strapaziert. Wenn du Knieschmerzen hast, kannst du von diesen natürlichen Heilmitteln profitieren und damit Erleichterung finden. Wenn die Probleme nicht besser werden, solltest du jedoch auf jeden Fall einen Facharzt aufsuchen. Du hast deine Gelenke zu sehr strapaziert. Du hast deine Gelenke zu sehr strapaziert. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.